Hallo meine Lieben, guten Morgen. Heute wollen wir uns wieder mal auf die Reise nach Südtirol begeben. Da geht es heute mal ins Meraner Land. Die Ortschaft, von der ich spreche, ist nicht etwa Meran, sondern Lana. Dieses kleine entzückende Dorf, 5-6 Kilometer außerhalb von Meran, ist auch Heimat von meinem guten Kollegen Thomas Gartner. Der ist Betreiber und Chef vom Hotel Schwangut. Es ist ein schönes 4-Sterne-Hotel, Top-Küche, beste Zimmer und Suiten, genialer Blick, richtig gutes Ambiente und ein Garten, der an Flora und Fauna liegt fast gesagt, aber der ist so üppig bewachsen. Der spielt eigentlich so ein bisschen die Botanik Merans wieder. Dieser Talikessel, der eigentlich immer grün ist. Und damit ihr den ersten Eindruck bekommt, von dem ich eigentlich spreche hier, haben wir euch ein bisschen was zusammengestellt. Und das schauen wir euch mal am besten an. Bis zum nächsten Mal. 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 Buchen. Telefonieren. Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.